recht herzlich willkommen zur 123. folge von towns ja wir sind hier drin ach hier war noch das leck naja das können wir jetzt auch nicht ändern hier oben ist es dann trocken geworden dadurch auch interessant ja das hat man irgendwann gesehen jetzt müsste man die frage stellen ob man hier einen stein hinsetzen könnte kann man aber nicht oder aber wenn würde hier unten das geht auch nicht das loch vergrößern lassen wir das mal sonst kriege ärger von mir ich kann ja immer so gut decken anbohren wo dann wasser durchläuft so wie hier unten da sind noch vier steine ok gucken wir weiter die sind hier alle am abbauen irgendwo da okay das ist ja auch schön hier sind wir schon weiter durch dahinten geht noch was da müssten wir gerade mal das machen und gucken dass wir da noch weiter abbauen gibt es nichts zum abbauen in dem sinne dann würde ich sagen also ja wir müssten gucken sie haben laternen ja da in der 1 2 3 3 reihe gibt es eine laterne das würde bedeuten hier muss sowieso ein gang durch ja sollen die doch da mal wühlen oder die frage wann einer kommt ne war das gut dritte reihe aber dritte reihe irgendwann kommt dann da einer oder kommt schon einer aber da geht nicht da hoch sondern macht hier naja und da kommen noch einer ja die sind dann weg dann gibt es den auftrag vielleicht auch schon gleich da oben oder da geht aber keiner hin da geht aber keiner hin ok komm machen wir hier gerade noch fertig und da auch passt die machen wir alle weg da dürfen wir nicht sonst kommt das wasser rein die beiden gehen noch wo da sind ja auch noch welche hört sich gerade so an als ob da irgendwo da hinten weitergemacht wird ja ok mal schauen wie lange der da bohrt ok das ist cool wenn er mehr auf einmal macht dann sehen wir gleich ob da was geht oder nicht geht aha da haben wir schon durchgang also da sind noch entdeckbare gegner die wir jetzt losgehen die sind auch unterwegs da kommt er schon hält er möchte auch gleich hier entdecken schade schon zu ende war nur ein holraum für eine spinne da geht es weiter mit zwei grünen der hält entdeckt auch weiter er macht er da wird auch angegriffen auch cool ok das ist wirklich wohl gerade sagen dass wir jetzt heikel geworden wenn die dicke einreißen ja hier ist ein größerer holraum da sind zwei helden der eine feuert oder nicht das da ist ein schweinzel und das schon kaputt gut weiter geht's da gab es halt noch einiges zu entdecken wieso bleibt er da oben stehen ok zwei war noch zu töten da in dem bereich und ich glaube das war es dann auch noch gut geht's nur weiter ja das war es obwohl das sind noch ein holraum tatsächlich und da wird eine spinne angriffen in zwei und dann haben wir das auch erledigt ja gut könnte jetzt hier noch was abreißen und da machen wir das hier nochmal weg als durchgang dahin und fertig hier könnte auch noch ein holraum seine weiß man nicht selbst hier ist es fragwürdig ob da nicht was ist da natürlich nicht aber wir wollen auf jeden fall das abbauen so hier zum beispiel könnte auch ein holraum drin sein die beiden auch noch alles gut hier noch ein bisserl und da kommt sie mal durch auch wenn da jetzt einer war der da nicht hingehörte kommt zack alles weg machen hier das geht schon so da da und da da weg da weg da weg da ist das wasser das dürfen wir nicht gibt es ärger da weg und da auch weg guck mal hier kann man ganz weg machen wunderbar dann haben wir das auch geschafft und da weg passt jetzt dunkel gehen wir mal hoch gucken was hier oben so wir wollten ja auch noch weitere betten machen da haben wir jetzt keinen plan in anführungsstrichen wie wir die legen und ein treppenhaus war da die können also schon mal hoch gehen das würde bedeuten wir machen mal gerade wende haben wir das nein haben wir nicht das wollte ich nicht machen wo so das bedeutet ach so da ist schon höher okay treppenhaus ist nur bis noch da gut nein so so ist passend na ja wo fangen wir an glaube wir fangen hier unten an so und so erst mal eine wand und 1234 würde bedeuten hier zwei einen freilassen so eine und so 4 und den da ein passt hier den nicht shit ok klaus menü eben daneben gelegen passt 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 geht auch hier natürlich jetzt drei über zu überlegen was wir da machen so dann wäre hier einer und dann ab da vier so passt vier drei oder müsste so sein und fünf und eigentlich zu und dann geht es hier über die wände zu ziehen auch vier 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 da vier und dort vier haben wir gut gang ist hier der gang könnte er hätte auch hier sein können schade dann ist jetzt auch egal gut hier geht es mit eins zwei drei vier weiter sehen das würde bedeuten da müsste ein zimmerlein hin da müssen wir dann gucken da müssen wir dann gucken machen wir mal so erst mal das gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig dann okay naja lass dir erstmal so bauen das kriegen wir so weit hin da ist ja schon einiges wieder was die machen können gut 68 sind da wir haben genug also es würde bedeuten wir brauchen nur ein paar schlafräume anlegen zonen und dann geht es los da einer hin da 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 dort 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 und super viele haben wir dann da oh jetzt habe ich vergessen die shift taste zu drücken das waren wir auf vier stück die da jetzt gekommen sind machen wir mal weiter hier ja der wird erst nicht in seinen raum rein können ist aber auch erstmal egal das kriegen wir dann noch hin gut also was das ist auch hier so zu machen spielt ja keine rolle können wir auch schon anlegen da gut passt also dreimal 24689 sind 27 hier wird sogar noch einer hingehen oder ja und da würde auch einer hingehen allerdings hätten wir dann keinen zugang mehr der müsste nur woanders herkommen da drüben werden treppenhaus gute frage ne treppenhaus umbauen hier würde bestimmt auch gehen warte mal da können wir vielleicht schon ein stein so setzen dass das geht oder ja auch glaubt das könnte funktionieren dann machen wir den nicht weg den weg anlock die frage ob die dann nach hochkommen ganz gleich sehen das wir funktionieren eigentlich na oder ach so wir müssen mal gerade hier drauf klicken und denen noch was zuweisen wenn dann überhaupt irgendwas ist und die anderen sind auch alle nicht ok läuft erstmal und ich glaube das spiel ist in pause und diese pause werden wir nutzen um dann in der nächsten folge weiter zu machen ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss